Museo Museo ist die letzte Berlinale Premiere Gael Garcia Bernal gibt sich die Ehre Dieser Film richtet sich nach einer wahren Begebenheit Und die stammt aus einer gar nicht so fernen Zeit Die zwei Studenten, Wilson und Juan Beste Freunde, wie man hier gut sehen kann Beschließen zusammen in ein Museum einzusteigen Die Bilder von dem Raub können wir leider nicht zeigen Ey, die beiden dürfen nicht erwischt werden, sag ich dir Denn in ganz Mexiko sucht sie jetzt die Polizia Schnell tut ihnen das, was sie getan haben, leicht Sie geraten zunehmend untereinander in Streit Der Streifen bietet Action, Krimi und Drama Er zeigt die Filmwelt in ihrem ganzen Panorama Dieser Film ist wirklich absolut empfehlenswert Jeder Film mit Gael Garcia Bernal ist absolut empfehlenswert